Gesund zu bleiben und mit frischer Kraft und Energie in den Tag zu starten, gibt dir die Möglichkeit, all die großartigen Dinge zu tun, die du dir vorgenommen hast. Du selbst kannst dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Zum Beispiel, indem du dich gesund ernährst. Mmmh, lecker! Unsere Lebensmittel beinhalten viele wichtige Stoffe, die dein Körper braucht, um richtig zu funktionieren. Wie viel von welchen Lebensmitteln ist also ein gutes Maß für eine gesunde Ernährung? Bei dieser Frage kann dir die Ernährungspyramide helfen. Sie zeigt dir, wie viele Teile du von welchen Lebensmittelgruppen pro Tag ungefähr zu dir nehmen solltest. Vitamine und Mineralstoffe sind unverzichtbar für deine Gesundheit. Sie helfen dir unter anderem beim Wachsen oder beim Sehen und sorgen dafür, dass deine Organe, Knochen, Muskeln und die Haut gesund und widerstandsfähig bleiben. Sie helfen dir auch dabei, Krankheiten abzuwehren. Vitamine und Mineralstoffe findest du besonders reichlich in allen Arten von frischem Obst und Gemüse. Und weil sie so wichtig sind und du viel davon essen sollst, finden sie sich in der zweiten Stufe der Ernährungspyramide. Was glaubst du, fällt jemandem zuerst auf, wenn du ihn anlächelst? Soll ich dir einen Tipp geben? Sie sind weiß und ziemlich hart. Genau, es sind deine Zähne. Aber haben deine Zähne eigentlich einen besonderen Zweck oder sind sie nur dazu da, damit du gut aussiehst? Wofür benutzt du deine Zähne Tag für Tag? Nun, die Hauptaufgabe deiner Zähne ist natürlich, dir dabei zu helfen, deine Nahrung abzubeißen und zu zerkauen. Denk doch einmal darüber nach, wie oft du sie am Tag dafür benötigst. Schon sehr häufig, oder? Und nun stell dir einmal vor, du hättest keine Zähne. Dann müsstest du dein Essen in einem Stück herunterschlucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.